Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Assassin's Creed Valhalla. So, wir sind hier schon mitten in die Schlacht und werden uns jetzt mal dazu begeben. Ich sollte keine Aufmerksamkeit erregen. Achso, ich muss hier kämpfen. Machen wir das halt so. Wo ist Engel Wien hin? Siegfried, warte! Was hat er dir gesagt? Turka, sieh nach den Verwundeten und den Wachen. Sie hätten uns vor dem Angriff warnen sollen. Ich hab doch gesagt, dass er beim Essen nicht gern gestört wird. Lebend hätten wir den Soldaten befragen können. Wildes Herz, kühler Kopf. Oh, das gefällt mir. Wohin reitet Siegfried? Ich vermute, er will Bischof Engel Wien suchen. Er hasst ihn mehr als alle anderen. Er war es, der Sinric tötete. Ja, sein Schwertbruder und dein Vater. Das tut mir leid. Nichts hat sich geändert. Wenn überhaupt, sind die Angriffe nun häufiger, wie du siehst. Randvi hatte recht. Ich muss das beenden, bevor es Reffnetop erreicht. Sofern du ihren König nicht dazu bringst, aufzugeben, musst du jeden einzelnen Soldaten im Frankenreich töten. Na, was nehmen wir denn da? Durch töten löst man dieses Problem nicht. Diese Schlacht wird nicht mit Äxten gewonnen. Ich muss einen Weg finden, Charles zu treffen und ihn vom Angriff auf Englerland abbringen. Denk dran. Charles ermordete Gutfried. Er wird sein Wort nicht halten. Er sollte sterben. Es geht um mehr als nur einen König. Ich muss mit ihm sprechen. Das erwartet mein Clan von mir. Schon möglich, dass du recht hast. Aber mich musst du letztendlich nicht überzeugen. Wenn du Engelween tötest, hilft dir Siegfried vielleicht, Charles zu finden. Nun beginnst du wie ein Jarl zu denken. Zweimal sind unsere Späher Engelween in die Armsiedlung südlich von Paris gefolgt. Dort wird Siegfried sein. Ich werde ihn aufsuchen und zurückkehren, wenn Engelween tot ist. Dann finden wir Charles. Eivor, hier drüben! Wo? Er? Oder wer? Er? Sprechen. Was ist denn das jetzt wieder für eine Queste hier? Das lebe der Widerstand. Eivor und Piers helfen einer Gruppe Rebellen im Kampf gegen fränkische Loyalisten. Was ist denn das hier noch? Da ist doch noch irgendwas dahinter. Aber er kann nicht deuten. Na gut, sprechen wir erst mal mit dem. Piers, worum geht es hier denn? Uns verbindet etwas. Du willst dich den Nordleute verachtenden Loyalisten des Frankenreichs widersetzen. Ich will bezahlt werden. Ich sehe da keine Verbindung. Ich arbeite mit rebellischen Männern und Frauen im ganzen Land zusammen. Sie sind des Chaos durch Charles' Herrschaft müde. Es sind nicht viele. Nur wenige sind so dumm, sich den gut ausgerüsteten Truppen der Loyalisten zu widersetzen. Du glaubst also nicht an ihre Sache? Nein, aber sie glauben daran. Und hier kommst du ins Spiel. Hilf ihnen und deine Mühe wird reichlich belohnt werden. Seltsam, dass du sie unterstützt, obwohl du ihre Ziele für unerreichbar hältst. Welch Monstrum wäre ich, zerschlüge ich die Hoffnung, an die sich ihre Herzen klammern. Zudem lockt eine große Ausbeute und nur ein Narr würde das ausschlagen. Wie kann ich helfen? Was hast du? Okay. Rebelleneinsätze. Es kann immer nur ein Rebelleneinsatz aktiv sein. Während Eivor durch das Frankenland reist, ersuchen mehrere... Nee, ersuchen mehrere Bellen um Unterstützung. Öffne deine Karte, um die Standorte anderer Gesandter der Rebellen zu sehen. Eivor wird bei Rebelleneinsätzen von verbündeten Rebellen begleitet. Dabei stehen Trupps aus Nah- und Fernkämpfern zur Wahl. Diese Rebellen erwarten Eivor am Einsatzort und helfen, sobald Hilfe benötigt wird. Nachdem die Ziele eines Rebelleneinsatzes erreicht wurden, muss Eivor zu Pias oder einem seiner Gesandten zurückkehren, um den Auftrag abzuschließen. Der Ausbilder... Der Ausbilder... Das ist jetzt schon wieder eine neue Verruf. Die Loyalisten haben einen Hauptmann, der sich der Ausbildung Neurikoten widmet. Wenn wir ihm ausschalten, können die Loyalisten Gefallene nicht mehr so leicht ersetzen. Er reist gerade von Stampers nach Kastri Provinis. Provinis... Ich würde sagen, wir machen... Machen wir erstmal... Einsatzbeginn. Wir probieren dann einfach mal auswartet es. So beginnt es also. Viel Glück, Eivor. Orte der Rebellen. Okay. Was ist das jetzt hier, oder was? Der Ausbilder. Hier ist der Ausbilder. Hä? Wenn ich das hier anklicke, warum ist das denn da? Das verstehe ich jetzt nicht. Warum ist das denn da? Das ist ja echt. Ich würde jetzt... Ich würde jetzt erstmal da hin. Ich will mal gucken, was da ist. Wenn es nach Siegfried geht, wird es zum Winter keinen Franken mehr in diesen Hügeln geben. Ja, er hasst sie. Hast du gesehen, wie er dem Soldaten das Genick zertrümmert hat? Ja, ist ja gut, mein Mann. Hügelgräber, okay. Die Frage ist, bringt mir das jetzt hier was? Högel, okay. Högel, okay. Panzerreiter Die Frage ist ja, sind wir hier richtig? Das ist jetzt die große Frage, ne? Weil das wird ja wieder so blöde hier angezeigt. Ah, jetzt verstehe ich das. Hier ist der Ort, wo das hin will, ne? Er reist gerade dorthin, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Okay. Jetzt habe ich es verstanden. Na ja, immerhin haben wir den umgenietet. Panzerreiter, na ja, Panzerreiter am Arsch. Doch. Oh, come on. Na, das ist ein Aussichtspunkt. Bewegt die Kolonne sich denn jetzt? Ne, die ist immer noch da. Also von daher... Ich sehe jetzt nicht, ob es jetzt sinnvoll ist, jetzt woanders hinzulegen. Ja, werden wir ja sehen. Wir spielen erstmal so, wie wir uns jetzt denken hier, ne? Ja, also von daher. Okay. Ah, verdammt. Das war's für dich. Ich hol dich gleich ein. Das Problem war gerade gewesen. Als RB kam, habe ich grob gedrückt und dann war er kurz wieder weg gewesen. Wer hätte diese Heiden gut im Auge? Melde alles. Gut. Ziemlich dichtes Heu. Ja, manchmal verstecke ich mich da drinnen. Bis ein neuer Stecher kommt, den ich denn darin ziehe. Und dann wird er penetriert. So. Okay. Na. So, dann werden wir mal querfeldein. Und werden dann erstmal mit diesen Ausbilder töten. Mal gucken, ob der da so hinhaut, wie ich mir das hier vorstelle. Ja, wir müssen erstmal gucken sowieso, was hier so Phase ist, hier in diesem Land. Alles neu. Gucken wir, da ist schon wieder das nächste, was wir hier machen können. Aber ich glaube, da war unsere Hauptqueste. Hör mal, was ist mit dir? So, das sind meine Leute da. Ja, ist ja gut. Von dir will ich ja auch nichts. Hör mal, was ist mit dir geblasht. Hör mal, was ist mit dir geblasht. Der Teufel hole dich! Das haben sie nicht kommen sehen. Und dank dir sind wir in guter Verfassung. Du hast neue Verbesserungen, Rüstungen, Runen und kosmetische Gegenstände frei. Besuche Piers, um seine Warenauswahl für dich zu sehen. Okay. Das sind Dinge, die wir nicht brauchen. Kommen die ernsthaft mit? Kommen die echt mit? Den lassen wir mal lieber nicht machen. Könnte nicht gut ausgehen für uns. Die kommen da echt mit Mistgabeln. Ich muss sagen, die sollen ja nicht sterben. Jetzt kriegen wir ja pro Dings 50 mehr. 50 von diesen Münzen da, die wir da haben. Die sind Währungsmittel. Aber ich muss sagen, ich würde die Scheiße ja alleine machen. Mich nicht mit irgendwelchen anderen abgeben, auf die ich aufpassen muss. Wisst ihr, was ich meine? Also ein bisschen... Okay. Naja, was sollt. Kann ich jetzt so nicht ändern. Haben wir alle überlebt. Zwei Pfeile hat er die braucht. Zwei Pfeile, die sind so gut. Die sind so richtig Attentäter. Oberste Debote ist immer das Ziel zuerst auszulöschen. Nicht, dass der nachher abhaut. Die Frage ist, machen wir gleich den nächsten auch noch? Wir können ja gleich den nächsten auch noch mal machen. Mon Deju! Hör mit diesem höllischen Gemauze auf! Sonst mach ich Eintopf aus dir! Jawohl. Wir zeichnen die Fireflies von Last of Us. Wunderbar! Wenn du mehr tun willst, gib mir Bescheid! Ja, auf jeden Fall. Der Ausbilder. Rebelleneinsatz erfolgreich. Belohnung. Überlebende. 250. Multiplikator. Mal eins. Verrufsstufe. 250. Ich hätte dich nie für einen Katzenfreund gehalten. Das bin ich auch nicht. Einer der Rebellen hat sie unterwegs aufgegabelt. Es hat ihn fast das Leben gekostet. Tiere sind ehrlichen Herzens. Diese Katze wird bis zu ihrem Lebensende ein treuer Begleiter sein. Bezweifle ich. Katzen sind gerissene Viecher. Die folgen ihren eigenen Plänen. Genau wie ich. Ich sage ein stilles Verschwinden voraus, sobald sie genug gefressen und gesoffen hat. Apropos verschwinden. Es werden weniger Loyalisten. Unsere Einsätze tragen Früchte. Bemerkere ich da gar Gefühle? Wir sorgen für ein bisschen Veränderung. Aber reichen wird das nicht. Das ist aber egal, solange wir Profit machen. Was möchtest du tun? Ich will mir jetzt erstmal die Waren angucken. Ich brauche Verbesserungen. Zeit für ein paar Verbesserungen. Was gibt denn hier alles? Belohnungen. Für den Abschluss von Rebelleneinsätzen erhältst du Dignés, mit denen du bei Piers Verbesserung, Rüstung, Ruhen und kosmetische Gegenstände erwerben kannst. Suche Piers jedes Mal. Ja, ja, ja. Verrufstufe. Nach dem erfolgreichen Abschluss von Rebelleneinsätzen gerät Evo mehr und mehr Verruf. Mit jeder neuen Verrufstufe. Ja, 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 ja. Okay. So, gucken wir mal. Neue Anwärter. Fügt dem Trupp einen Rebellenkrieger hinzu. Verbessert zwei Rebellen zu Schwertkämpfern, um die Effektivität des Trupps zu erhöhen. Deine Rebellennahkämpfer werden zu Soldaten ausgebildet und tauschen ihre Mistgabeln gegen Speere. Fügt einem Fernkämpfer zu deinem Trupp hinzu. Verbessert zwei Rebellen Fernkämpfer zu Scharfschützen. Deine Fernkämpfer werden zu Bogenschützern und tauschen ihre Schleudern gegen Bögen, Feldvorräte. Bei Annahme eines neuen Solo-Rebelleneinsatzes werden deine Pfeile, Mahlzeiten und dein Adrenalin vollständig aufgefüllt. Das brauchen wir erstmal nicht. Ich würde sagen, wir machen mal hier noch ihn mehr, weil wenn wir Dreie zurückbringen, dann kriegst du ja schon 150. So, was ist das hier? Shop. Pfeile. Ausrüstung. Runen. Waffen ohne kritische Chance. Schleigen, Attentat. Ich würde eher sagen, wir gehen erstmal hier drauf. Ich nehme erstmal den hier noch, einen Fernkämpfer. Fügt einen Fernkämpfer zu einem Trupp hinzu. Na ja, nehmen wir noch einen Nahkämpfer. Okay. Gucken wir mal, ob das alles ist. War das schon? Ja. Na, was hast du vor? Machen wir noch eine Rebellenmission jetzt. Was kannst du mir anbieten? So, in der Nähe, in der Nähe, in der Nähe, der Thronanwärter, einer der Hauptmänner, der Loyalisten behauptet, er sei von einem Adligen gezeugt worden. Okay, gut, das nehmen wir. So beginnt es also. Viel Glück, Evo. Gut. Dann würde ich sagen... 650 in die Richtung. Tja! Mh, 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 mh. Da, 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 da. Hey, 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 hey. Da, da, da. Das ist ja entscheidend, das muss das sein. Er hat mir die Vorlage gegeben. Was soll ich denn machen? So will ich das jetzt? Wenn ihn da irgendwas anstimmt, dann muss man immer mitmachen. Lebende, Verbündete, Rebellen Drei, Eliminiere dein Ziel Und besteh dir dessen Tod Jo, okay Drohnenwärter Sind unsere Leute hier? Ja, okay Okilidokili Wir kommen Oh, da hinten ist er irgendwo, oder? Steht aber auch Jutta, wa? Okay, der ist tot Der ist auch tot Sehr gut Jetzt kriegen wir mehr Geld Das war easy, wa? Was haben wir jetzt? Ich brauche auch zwei Minuten, drei Minuten Okay Bin Das ist easy Das gefällt mir Ja, das hat schon wieder mehr was von Assassine Muss ich ganz ehrlich sagen Aber ich sag mal, wenn du die Verbesserung nachher hast Also die Rüstung Mich reizt einfach diese Rüstung nicht Oder diese Rüstung nicht Ich weiß nicht, wie es euch da geht Aber im Prinzip haben wir jetzt diese Rüstung hier Und werden nachher denn, wenn Zeichen Zeichen Ragnaröks kommt Werden wir ja diese Diese Zwielicht-Rüstung anziehen Woher kenne ich denn das mal wieder? Gute Arbeit Lass es mich wissen, wenn du mehr tun willst Ja, auf jeden Fall Einsatzziel erreicht 150 Dann sind wir schon 300 Verrufsstufe mal 1 Warum? Wir sind doch mal jetzt schon 2 Wie kann ich helfen? Sind auf jeden Fall 300 Sag mir, was du hast So, jetzt gucken wir mal, was hier in der Nähe ist Jugendlicher Übermut Naja, sie werden fallen Beginnen wir mal So beginnt es also Viel Glück, Evo Oh Hundi Die Kolonne hat den Zielort erreicht Ja, ich sag mal Machen wir jetzt die Folge Und dann ist gut Prinzipiell Wisse ich ja nicht Nehmen wir mit Eigentlich machen wir Bin ein bisschen unschlüssig Sind Aufgaben Machen wir mit Die werden wir dann immer so ein bisschen verteilen Entweder machen wir jetzt alle Bis wir die Stufe voll haben Aber dann Ich bin da so ein bisschen Hin und her gerissen Niki Okay, er ist down Vernichten wir sie Alter, er ist ob, Junge Die sind doch wirklich Ah, jetzt sind sie Krebeltypen, Junge Ja, das war jetzt so beschissen Das ist das, was ich meine Ich krieg jetzt hier abgezogen Weil nur einer überlebt hat Weil die damit Mistjabeln da rumpümmeln Wir müssen zusehen, dass die hier ausgebildet werden So Soldaten Und dafür will ich ja Das ist natürlich Untertitelung des ZDF, 2020 Treff doch den Typen da. Kann ja nicht wahr sein. Hä? Bruder. Bruder, wir haben sich ganz schön oft daneben geschossen. Also diese, diese, diese... Die Typen sind ein Witz. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal auf Spiere. Prinzipiell wird vielleicht besser, wenn wir hier die ganzen, wenn wir hier Fernkämpfer mitnehmen. Dass die Arne so dichter rankommen. Wieso rennen die alle hierher? Ist das denn nicht zurückzuverfolgen, dass die von hier kommen? Gut gemacht. Ich hatte nichts anderes von dir erwartet. Naja, aber das ist doch trotzdem... Was möchtest du tun? Wie ergeht es den Aufständischen? So, ich würde dich auf jeden Fall jetzt erst mal... ...gegen Speere eintauschen, oder? Da ist das schon? Na, was hast du vor? Ich würde auf jeden Fall jetzt noch mal... ...undreue, jugendlicher Ügermut. Hier müssen wir aber Rinnen holen, hier. Okay, machen wir das hier nochmal. So beginnt es also. Viel Glück, Evo. Die machen wir jetzt noch und dann ist Schluss. Das ist, was das ist. Beschäftigungstherapie. Nächste Folge werden wir dann die Hauptaufgabe weitermachen und... ...dann kicken wir mal. Das ist wirklich... Also das ist die reinste Beschäftigungstherapie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde mich nicht mal wundern, wenn das wieder an dem Hafen da ist. Bei dem Schiff. Aber das ist ja jetzt so untreu, das ist ja einer von uns. Klar, genau das selbe im Brühen. Okay. That you would like. Okay. 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 Nice. Okay. Wo ist der Typ jetzt? Wo ist er jetzt hin? Ach, hier liegt er. Haar genau dieselbe... Derselbe Ort. Oh, das ist mies. Das ist mies. Das ist nicht gut. Wir haben drei Rebellen. Diesmal sind sie hier bei uns geblieben. Und guck mal, wie langsam das steigt. Toll ist das auch nicht. Und jetzt kriegen wir wieder 300. Das nicht. Also die Aufgaben sind nicht gut. Das reinste Beschäftigungstherapie. Die Aufgabe verfolgen wir nicht mehr weiter hier. Die würde ich privat machen. Wir haben es ausprobiert. Das ist ganz schlecht. Also nochmal an derselben Stelle, ja. Wieder davor. Das ist schon heftig. Und jemanden jetzt, wie den Ersten, den wir da ausgeschalten haben, der wäre ja irgendwie Thronfolger gewesen. Also Ena aus unseren Reihen umzubringen, weil der den Thron besteigen könnte. Wo ich sagen muss, das könnte so ja eine Chance sein, wenn Ena der unseren diesen Thron besteigt. Was ist das, was ich meine? Das macht ja keinen Sinn. Das macht irgendwie keinen Sinn. Ein bisschen enttäuscht hier von jetzt. Wunderbar. Wenn du mehr tun willst, gib mir Bescheid. Ja. Ja, nicht unbedingt. Wie kann ich helfen? Was können wir für die Aufständischen tun? Was haben wir jetzt hier? 450 Jadleraugen. Und ich hätte das hier noch. Warte mal. Verbessert zwei Rebellen zu Schwertkämpfern, um die effektiven Kliniken des Trupps zu erhöhen. Okay. Gut. War es das schon? Ja, das war's. Was möchtest du tun? Nichts. Gehen. Ich komme später wieder. Du weißt ja, wo du mich findest, wenn du es dir anders überlegst. Naja, du bist nicht gerade meine erste Wahl hier zum Spielen. So, Freunde der Sonne. Ich mache an der Stelle erstmal Schluss. Jetzt haben wir es probiert. Und ich muss sagen, wenn ich das schon wieder sehe hier. Da wird mir schon wieder schlecht. Da wird mir schon wieder schlecht. Ich werde mal hier Schnellreise machen. Das ist nicht ganz so weit bis zur Hauptquist. Freunde der Sonne, haltet die Ohren steif. Und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Tüdelü.